Hallo Ralf Tötetek hier mit einem neuen Video zum Thema Film und zwar geht es heute um diese beiden Filme ein Film mit John Wayne, der Marshall heißt er und der Film True Grit Also das ist eine dieselbe Story, ein junges Mädchen engagiert einen trinkfesten und schiefswidigen Marshall, Rooster Cockburn, um den Mörder ihres Vaters zur Strecke zu bringen und dann schließt sich den beiden noch ein Texas Ranger an und die sind dann auf der Jagd und ich wollte gleich mal erzählen, welcher von den beiden Filmen die höhere Punkte bekommt Also dieser Film mit John Wayne, John Wayne hat für die Rolle auch einen Oscar bekommen, der bekommt von mir 8 Punkte Und das Remake True Grit finde ich ein bisschen schwächer, obwohl da auch gute Schauspieler dabei sind, also Jeff Bridges spielt er mit mit Damon und Josh Brolin und der Film bekommt von mir 7 vor 10 Punkten Also den mit John Wayne, den finde ich ein bisschen besser Ja gut, das war's auch schon mit diesem Video Und ich würde sagen bis zum nächsten Mal Und ich würde sagen bis zum nächsten Mal